Das ist ein Fehler Hier über mir sind sie Ja, die kommen und sie Boah, wie schnell da weg gehst du Wow! Woher? Hast du ein Wasser hinter dir? Haben, 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 haben Ah, das ist Janine Beim Alex hab ich Das war ja auch der Kopf, gell? Sicher, dass das nur einer war? Nein, da sind noch mehr, aber ich Ah, die sind da drüben Da ist auf jeden Fall ein Sniper bei Jetzt ist der K.O. Oh, der ist weg Boah, die lachen mein Alter Süsch Da ist noch einer K.O. K.O. aber ich hab nix Wo? Ja Da schießt doch noch einer, oder? Jaja Ja Achtung, es zieht Nebel auf Die Sicht wird beeinträchtigt sein Auf meinem Haus Feindinnen Feindliche Drohne aktiv Hücke vor Hab ich den Kill jetzt nicht wirklich, du Ne Der hat sich weiter überlebt Achso Aber hast du mit der Camper Warte mal, warte mal Ne, ne Der ist bei mir am Dach oben Der ist bei mir am Dach oben Bei Rot Das ist bei mir am Dach oben K.O. Dach Die Luftschleag unterwecken Der ist bei dir Das ist der Fall Der war Dach Warte mal, welche Farbe bist du? Ach, Lila Pink Er ist weg Er ist runtergesprungen Ich bin runtergesprungen ins Wasser Ja, bei Alex Warte Ja, da sind drei Leute drüben Bei dir Am Balkon oben sind die alle Und da ist einer rein Aber ist Ja, komm Ja, komm, ist klar Ja, hä Woher Vom Ufer, vom Steg Aber doch nicht, äh, unterm Wasser Verstärkung ist unter dem Weg Ich weiß nicht Da ist noch irgendwo so der Baum hin, gell? Da ist einer, einer rein Mal, ich sag mir, den hast du mitbekommen Feindliche Drohne in der Luft Feindliche Drohne in der Luft Tankstelle ist auch einer rein Alex weiß nicht, ob ich die holen kann Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft Das Team hat es in die Sicherheitszone geschafft Oh, ist der da wieder ins Wasser rein Warte mal, die anderen zwei sind noch nicht da Ja, ich geh da auch nicht hin, wenn er zwei Teams kann Ich hab das Video 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 Noch ein Team Fuck you Ey, vom, vom, vom Feuerwehr den schießt noch einer rüber ich brauche unbedingt platten zu fix wir können dabei der drohne wo man sich hoch sein kann an land mal gehen und dann umschauen braucht es ja keine platten und alles jetzt müssen wir vorraten ich bin zu Hause wollen wir uns hochziehen und einkaufswagen stimmt was kaufen maske ist wichtig feindliche drohne in der luft und jetzt können wir uns hochziehen feindliche drohne in diesem sektor ooooh und hier wir werden richtig geschossen was nicht hingehen naa was ja mich auch wo ich bin vorbei den habe ich schon mal eben eingekillt ja ich habe ich habe hinten abgelenkt feindliche drohne in diesem sektor wir sind wohnungsbeutel Boah, der wieder der folgt doch! Oh ihr Wichser! Der läuft hier hinterher! Am Steg zwei Leute! Braucht ihr Smoke? Ja, wir bräuchten unbedingt Smoke! Da bitte gleich her! Feindparkiert! Ja, ich weiß! Feindliche Drohne aktiv! Feindliche Drohne in der Luft! Feindliche Drohne aktiv! Ich kann nix machen! Ich hab selber gerade einen am Arsch geblieben! Ich bräuchte hier Smoke! Nochmal Smoke bitte! Ja, der ist da! Danke! Ja, ja! Ja, ja! Ah, da unten ist einer! Die anderen haben den abgeschossen! Die haben mir selber den Arsch gerettet! Ich hab den noch abgeschossen! Ich weiß nicht wer! Ich weiß nicht wer! Ich bin ja gekommen und hab den noch abgeschossen! Alex hat sonst Waffen noch! Solifizierte Waffe hier! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Das Gas kommt leer! Feindliche Drohne in diesem Sektor! Alex, komm mit! Du kannst übers Wasser wieder, äh... Intens an Waffen! Feindliche Vorratstation aktiv! Feindliche Vorratstation aktiv! Als Waffen! Achtung! Ein Teil des Teams ist noch außerhalb der Sicherheitszone! Puh! 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 Da ist ein Sniper! Bei grün ist ein Sniper! Puh! Ah, der kommt! Ach, hier ist Feind! Boah, ich liebe dieses Wärmebild! Wie sehr? Alex, komm da runter! Da ist einer! Hier ist irgendwo einer ins Wasser! Hier, Alex! Da ist einer! Hast du oben, oder? Ne, ne, unten drin! Da! Ach du! Dieses Sektor ist unkennbar! Ach, komm außen! Weg! Ne, ne, nicht im Wasser! Ja, wo? Bei dir die Türen drin, oder was? Ja, ja! Drinnen! Sag ich ja drinnen! Nicht mehr verstanden, drinnen im Wasser, weißt? Drinnen! Bleib doch hier! Ja! Ich hol dich nicht zurück! Sag ich nur! Feindliche Bombendrohne aktiv! Da sind wir jetzt schon im Wasser! Abi! Ja! Ja! Oh, ne! Ich brauche sie selber schieren! Ja, sind zwei im Wasser! Sorry! Ja, alles gut! Ja, das ist ein Scheiß, das nicht immer nachrutscht! Der hat einen Laser drauf! Ne! Doch, da ist er, oder? Ja, irgendwo ist hier einer! Zwei Stück meine ich! Über uns! Herr Rot! Laufen die am Ufer! Jetzt kommt einer her! Hab ihn... Gfinisht! Eigentlich hab ich mich gfinisht, aber es wurscht! Über uns! Ja, höre ich! Was ist da für ein gelbes... Was ist das? Da hat irgendeiner geschmissen, oder? Ja, komm da! Warte, 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 warte! Jetzt sind es zwei! Warte! Da ist auch noch einer ins Wasser! Sind drei Stück! Ja, was willst du denn alleine? Sind zwei K.O. Aber einen mit dem Messer! Ich seh den nicht! Ich hab zwei... Ich hab... Ja! Schütter einer mir vorbei, hä? Wo ist der? Warte! Warte! Der eine ist tot! Warte, Ruti! Warte, Ruti! Ich hol dich! Alex, wo ist der hin? Das sind deine Sachen! Einer, der ist gestorben selber! Ja, und einen hab ich auch noch gehabt! Alex, Platten drauf! Hier sind noch Sachen! Wir müssen rum ums Eck! Kommt's ja her! Ja, da ist noch eine goldene Maske! Ah, warte, den nehm ich selber! Luti, kommst du? Ich geh hier an der Rute! Ja! Du geh fach! Du geh fach! Gegner oder scher, oder was? Ich! Ich! Da! Oh! Oh, rechts! Höre ich doch was! Ah ja, da! Hab ich! Da oben ist er! Hab ihn markiert! Ah! Geh! Ah! Ah! Warte! Da oben sind sie! Ah! Was kommt jetzt? Kommt jetzt! Kommst wieder! Die müssen rein! Die haben definitiv nie fast dran! Die haben definitiv nie fast dran! Oh! Du bist der 3! Wow! Ich habe einen Platz unter den besten 5! Holt euch den Weg! Hey, wo schiesst der mich ab? Ich bin weggeschlagen Ah, stirbe jetzt du Sau Hm, wer hat mir die Kills geklaut? Wir haben 21 Kills Keil 21 Kills Geile Was? Knüppels Geldgeber? Schwedermaschinen Geil Die kleinen Wichser, die haben mit ihrem scheiß fucking Aimbot konnten die jetzt gar nichts mehr Tja, Smoky Smoky Riegel Hier im Wasser Wie willst du da? Ne, wenn wirklich viel Smoke ist, dann können die nicht mehr... Ja, aber Wenn die auch keine Unterwasserwaffe haben, also nur, dann können die halt nichts machen Ja, außer Boxen Ja 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 Ja